Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, Sie auch heute wieder im Namen der Dental Point bei unserer Stay-at-home Ceramax Webinar-Reihe begrüßen zu dürfen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. Ricarda Jansen und ich werde Sie auch heute wieder begleiten. Wir hoffen, es geht Ihnen gut. Sie hatten eine angenehme Woche und Sie sind vor allen Dingen gesund. Vielleicht haben Sie es ähnlich wie mein Mann und ich gemacht. Wir haben versucht, die Lyriden gestern zu sehen, weil Sternschnucken können ja vielleicht helfen, Wünsche wahr werden zu lassen. Leider haben wir es nicht geschafft. Vielleicht war es noch zu hell oder zu früh. Vielleicht haben wir auch bloß in die falsche Richtung geschaut. Wäre bei uns auch sicherlich möglich. Aber wir haben ja noch bis zum 25. April Zeit, dieses spektakuläre Himmelswunder zu sehen. Und dann können wir vielleicht noch die eine oder andere Sternschnuppe erhaschen und noch ein paar extra Wünsche gen Himmel senden. Heute geht es aber erst mal wieder um einen unserer Webinar-Reihen, Vorträge. Diesmal geht es vor allen Dingen um die Ästhetik. Wir werden den Vortrag zunächst aufnehmen. Wir werden mal sehen, ob wir ihn auch hochladen können. Das müssen wir noch abklären. Es ist wirklich schon der vierte Teil unserer fünfteiligen Webinar-Reihe. Unglaublich. Und es wird langsam Zeit, dass wir jetzt auch mal ein bisschen in die praktische Anwendung der Keramek-Implantate schauen. Natürlich geht es auch wieder vornehmlich nicht um unsere Ceramex-Produkte. Aber Sie werden sehen, bei den klinischen Fällen werden Sie das eine oder andere Implantat von uns entdecken. Und ich finde, das ist auch gut so. Jetzt freue ich mich aber erst einmal, Ihnen unseren heutigen Experten Dr. Pascal Marquardt vorstellen zu dürfen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich, dass Sie sich sofort bereit erklärt haben, mitzumachen, genau wie unsere anderen Referenten auf Ihr Honorar verzichtet haben zugunsten einer Spende für die WHO. Dr. Marquardt ist in Köln niedergelassen und er ist ein sehr erfahrener Anwender mit den Tätigkeitsschwerpunkten Implantologie, Endodontie und Prothetik. Und er ist nicht nur ein erfahrener Anwender, wie ich gerade sage, sondern er ist auch ein sehr gefragter Referent. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er so wunderbar durchdokumentierte Fälle präsentiert, immer auch wissenschaftlich fundiert. Er ist auch bereit, über Grenzen zu sprechen. Wo sind die Limitationen von keramischen Implantaten? Was wissen wir seiner Ansicht nach? Was können wir? Im Moment müssen wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Und er hat natürlich den einen oder anderen Tipp für Sie parat für Ihren klinischen Alltag. Gemäß unseres Mottos für die Education in diesem Jahr, sich selber ein Bild machen und mitreden. Apropos, wenn Sie am Live-Chat teilnehmen möchten, melden Sie sich doch mit dem Google-Account einfach auf dieser Seite an. Tippen Sie Ihre Fragen und Kommentare ein und ich werde sie umgehend an Dr. Marquardt weiterleiten. Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal viel Vergnügen, kurzweiliges, interessantes Präsentationsmaterial und Informationen von Dr. Marquardt und ich melde mich im Anschluss wieder. Dann gibt es wieder Informationen zum Erlangen eines Fortbildungspunkts, wie üblich. Viel Vergnügen. Super. Dann ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass doch noch hoffentlich möglichst viele auch jetzt schon in so beginnender Normalität wieder ein bisschen zuhören kann heute Mittag. Und ja, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, in denen ich mich freue, einfach Ihnen ein bisschen an meiner Erfahrung teilhaben zu lassen aus den letzten fünf Jahren keramischer Implantologie. Und wir können im Prinzip einfach mal anfangen mit der Präsentation. Und ja, die Frage ist so ein bisschen, die ich gestellt habe, machen wir Keramikimplantate im klinischen Alltag alles wie gehabt oder sind letztendlich neue Wege möglich? Und ja, die Hauptfrage, die allerdings auch schon so ein bisschen in den drei Präsentationen vorher schon geklärt wurde, ist im Prinzip, warum wollen wir überhaupt ein bestehendes System wechseln? Dann die nächste Frage ist, wenn wir das denn für nötig erhalten, womit? Oder was ist denn da am sinnvollsten irgendwo? Und die andere Frage letztendlich, wie mache ich denn das am besten? Und da versuche ich eben so ein bisschen einfach mal ein paar Geschichten von mir zu zeigen, wo ich denke, dass das irgendwie ganz gut ist. Ja, die Frage ist, warum? Letztendlich Fälle, die wird eigentlich jeder irgendwo haben, die nach vielen, vielen Jahren mit normaler Titanimplantologie eigentlich noch sehr schön aussehen. Auch kompromittierte Fälle, also 23 Jahre altes Implantat, unendlich tief irgendwo im Knochen versenkt. Wenn man sich die knöchernde Reaktion nach 23 Jahre bei der Patientin anguckt aus der Praxis von uns, da kann man ja eigentlich nicht meckern. Da sagt man ja, ich habe da ein System, das läuft ja irgendwie. 18 Jahre ein Frontzahnimplantat, der der funktionell verloren hatte, war der 1-1-er gewesen letztendlich, der sich dann ein bisschen nach vorne und unten marschiert hat in der üblichen Art und Weise, auch bei Erwachsenen und aber nach 18 Jahren und in der Kombination sicherlich irgendwo tragbar. Ja, die Frage ist, wenn wir letztendlich gucken, wenn wir auch uns mit der Literatur beschäftigen und gucken auf die Überlebensraten, dann sind die ja, was Titanimplantate angeht, eigentlich wunderbar. Das heißt, wir haben 5 bis 7 Prozent Verluste vielleicht in irgendwie 10 Jahren, aber wenn man da ein bisschen näher drauf guckt, dann sieht man eben oder weiß man, dass eben nur zwei Drittel Komplikationsfallen nach 5 oder 10 Jahren letztendlich im Mund sind und dann doch vielleicht an dem Ansatzpunkt irgendwo was gemacht werden kann. Und wenn wir Situationen klinisch vorfinden, das ist eine 78-jährige Patientin von mir, die Implantate sind anderthalb Jahre drin und uns einfach mal die Situation angucken und dann irgendwie überlegen, was ist denn hier schiefgelaufen? Hat das jetzt was großartig? Kann das was mit dem Werkstoff zu tun haben? Und wenn man das DVT-Link sich anguckt, da sind einfach die Implantate in der Position gewählt worden, die so katastrophal sind, da kann das beste Implantat der Welt letztendlich nichts für. Da ist noch ein Wurzelrest mit drin, das hat sich irre entzündet, alles unter dem Ganzen und die Aufnahmen sind auch ehrlich, wenn man das in der Schicht guckt, die sind mehr oder weniger alle sehen die aus, als wenn die auf den Kiefer geklebt werden. Und hier sieht man, die Schnitte sind auch nicht irgendwie hingefakt. Das ist klar, dass das kein Material kann und dass es letztendlich auch kein Problem ist. Und auch wenn man den Fall sieht, Keramik kann das auch nicht ganz rausholen. Was genau der Hintergedanke bei den oberen Konstruktionen war, weiß ich nicht. Das sieht auf den ersten Augenblick eigentlich ganz gut aus. Wenn man das dann runtergemacht hat, da sind dann halt zwei keramische Implantate drin. Und natürlich ist das eine riesen Siffgrube zwischendrin. Wobei man ehrlich gesagt sagen muss, ist das für diese Art von Konstruktion, wäre ich ziemlich sicher, dass das ziemlich anders ausgesehen hätte, wenn wir hier zwei Titanimplantate drin gehabt hätten. Aber natürlich ist das hier jetzt auch primär der ganzen Sache zu schulden. Oder hier unten, wo man einfach einen riesen dicken Molan gemacht hat, das haben wir jetzt gerade in zwei Prä-Molan geändert. Und dann funktioniert das Ganze auch wieder ganz gut. Aber das ist sicherlich nicht primär irgendwie eine Materialschuld. Genauso dieser Fall. Sicherlich ein bisschen extrem. Hier hat man zusätzlich noch die Komponente, dass wir Goldaufbauten haben mit einem gewissen Spannungsgefälle und so weiter. Aber wenn wir uns das Ganze von oben angucken, dann sieht man einfach, die Implantate sind alle viel, viel zu weit bukal gesetzt worden. Und wenn wir uns auch die Prothetik angucken, sehen wir, da ist einfach alles dermaßen schiefgelaufen. Das hat letztendlich eigentlich nicht viel irgendwo mit dem Material zu tun. Und da ist jetzt momentan unsere Langzeitprovision. Wir haben da noch zwei keramische Implantate in dem Fall, weil er keine Lust mehr auf normale Implantate hatte, dazugesetzt. Und der Fall wird jetzt herausnehmbar gelöst. Ferri-Implantitis ist ein Thema. Ich will da auch gar nicht groß drauf eingehen. Das ist alles schon sehr ausgiebig gehört worden. Und letztendlich eigentlich nur zusammenfassend aus der großen Studie vom Jan Derks ein bisschen limitiert. Allerdings auch inzwischen wieder von Andrea Monbelli 20 Prozent der Patienten. Das heißt, jeder Fünfte nach zehn Jahren hat eines der Zeichen BOP-Doppelplus-Poost-Doppelplus-Sondierungstiefen erhöht. Das ist nicht sicherlich, wenn man die Blutungsindex ein bisschen rausnimmt, wieder runter. Aber letztendlich ist das schon irgendwo ein Zeichen, dass es doch vielleicht die Möglichkeit gibt, noch was Besseres zu bekommen. Auch durchaus interessant, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und auch mit der Praxis, mit dem Schwerpunkt sich langsam dahin bewegt. Irgendwo sind die Patienten mit chronischen Erkrankungen. Und wenn man auf Allergiker letztendlich guckt, haben wir die Prävalenz von Allergikern seit 20 Jahren letztendlich verdoppelt. Morbus Crohn hat das in 24 Jahren geschafft und Multiple Sklerosis heute dreimal häufiger als 1970. Und wir erleben das alle viel, viel mehr Patienten, die einfach immunologisch dermaßen durchgetriggert quasi sind, dass wir halt letztendlich überlegen müssen, wie können wir diese Patienten speziell so behandeln, dass wir dann nicht noch zusätzlich an, wenn auch nur möglichen immunologischen Träger reinsetzen. Das hatte ich am Anfang schon so ein bisschen gesagt. Letztendlich, die Ursachen der Peri-Implantitis sind aus meiner Sicht heute sehr, sehr vielfältig. Das über die Fehlpositionierung fehlende Attached ging, die war einzeitige laterale Augmentation. Wir machen das in der Praxis seit zehn Jahren eigentlich gar nicht mehr, so fast gar nicht mehr. Der Center-Effekt ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Wie häufig werden Implantate gemacht? Und in welcher Qualität letztendlich? Dicke Blocktransplantate wissen wir, dass sie langfristig zu Problemen führen können. Deswegen sind wir wieder zu beispielsweise Kuri-Schalentechnik zurückgegangen oder falscher Einsatz von Knochenersatzmaterialien. Und ein zusätzlicher Effekt letztendlich ist, dass wir natürlich auch wissen, dass wir mit dem Material unter Umständen zu kämpfen haben. Das ist auch schon alles erklärt worden. Wir reden von der Tribokorrosion. Das heißt, wir haben chemische, mechanisch-chemische Prozesse, die dazu führen, dass sich Titanoxydpartikel ablagern durch Partikelabrieb und Korrosion. Und wir wissen auch, und das ist ja so das Wichtigste eigentlich bei Titan, dass wir keine Titanionen im Wesentlichen im Knochen haben. Vielleicht springen die gerade so von der Oberfläche anfänglich durch und werden allerdings sofort wieder durchoxidiert. Und das ist eben der große Unterschied zu anderen Metallen. Das heißt, auch nochmal in Ergänzung zu meinen Vorrednern in den Webinaren, falls sie geguckt worden sind. Wir haben, das wissen wir inzwischen eigentlich sehr gut, eigentlich kein allergisierendes Potenzial aus Titan hinaus, sondern wenn, dann reden wir davon, dass wir eine partikuläre Struktur im Gewebe vorfinden, die dann letztendlich eine Partikelreaktion machen kann. Und das ist halt beispielsweise der Unterschied zu Aluminiumoxid. Aluminiumoxid oxidiert nicht immer komplett durch. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit mit Aluminiumoxid, was ja auch bewusst als Impfer stärker zum Beispiel, wie auch Tetanoxid dazu genommen wird, da habe ich immer die Möglichkeit auf freie Ionen. Und deswegen kann es durchaus haptenvermittelte Sensibilisierung auf Aluminium geben. Allerdings, und das ist ja, worum es letztendlich geht, ist, dass wir auch wissen, dass es einen gewissen Partikelreiz führt, der letztendlich zu einer immunologischen Reaktion des umliegenden Gewebes. Und ja, auch das ist schon geklärt worden. Wir haben TNF-Alpha als proentzündliches Interleukin 1-Beta, die hauptproentzündlichen Zytokine letztendlich, die freigesetzt werden können. Man kann sich natürlich denken, dass dadurch systemische Träger letztendlich irgendwo ausgelöst werden können. Da ist immer so ein bisschen die Frage, was die Katze sich jetzt entschwanzelt oder worum dreht sich das Kranze? Und wir wissen auch, dass die Tetanoxid-Partikel Einfluss auf die orale Mikroflora haben. Die verändert sich und letztendlich fördert auch, wird dadurch auch wieder durch eine Aktivierung von Makrophagen dadurch die lokale Wirkung proentzündlich gefördert. Was wissen wir aber auch? Letztendlich, wir wissen, dass dieses Ausmaß der lokalen Immunreaktion immer davon abhängig ist, wie groß diese Stückchen sind, die da rumfliegen. Wenn man mehr oder weniger Nanopartikel hat aus Tetanoxid zu 0,2 Mikrometer, dann passiert da relativ wenig, wenn man allerdings so 2 Mikrometer große Partikel nimmt. Und das ist das, was die meisten Autoren, die darüber berichten, auch wirklich dann in dem periimplantären Knochen- und Weichgewebe gefunden haben. Dann sind das Partikel von 1 bis 3 Mikrometer und die lösen eben im Vergleich zu anderen Materialien durchaus eine erhöhte Sekretion von TNF-Alpha aus. Das haben wir hier nochmal kurz gezeigt. Und wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, dann stellen wir immerhin fest, dass wir bei 2 Mikrometer großen Tetanoxid-Partikeln eine 17-fach erhöhte Ausschüttung von TNF-Alpha im Vergleich zum Aluminiumoxid-Keramiken haben. An sich, Zirkonen hat an sich schon viel, viel weniger Abrieb, weil die Oberfläche viel, viel stabiler und härter ist. Es sind dann häufig sehr, sehr kleine Partikel mit 0,2 Mikrometer, gehen die einfach durch die Zellen durch. Und letztendlich hat das Material eine viel höhere Korrosionsbeständigkeit. Das heißt, wir reden, wenn wir von Zirkonen oder Aluminiumverstärken, Zirkonen sprechen, auch immer von einem Material, was halt sehr, sehr immunologisch in Erd ist letztendlich. Und insofern macht das ja Sinn, darüber nachzudenken, letztendlich auch ein Implantat aus einem immunologisch sicher, unbedenklichen Werkstoff zu verwenden oder zu entwickeln. Wie kann man das jetzt rausfinden? Man ist sich ja so ein bisschen unschlüssig. Bei dem einen funktioniert das mega gut. Und bei dem anderen, ein Titanimplantat hält 30 Jahre zumindest klinisch-radiologisch völlig fest da am Knochenkant oder Entzündungszeichen. Bei dem anderen fliegt einem das um die Ohren und alles ist super gesetzt. Und wir haben ganz viele Tatschen gegenüber und es ist im eigenen Knochen. Und dann ist letztendlich die Frage ja schon, kann man im Vorfeld dann irgendwie rausfinden, dass der Patient vielleicht nicht geeignet ist für ein Titanimplantat. Und da wird letztendlich vom IMD in Berlin ja zum Beispiel diese Molekulargenetik oder die Entzündungspolymorphorismen angeboten. Die graduieren es dann von Grad 0 bis 3. Die Kernaussage ist, dass im Prinzip Grad 0 ist ein immunologisch eher unauffälliger Patient. Und Grad 3 ist dann ein Immunsystem, was an sich schon wieder ein bisschen hochdreht und eher empfindlich wäre dann für Patienten mit Tetanoxid. Man muss dazu grundsätzlich sagen, Wir hatten, ich habe mit der Beschreiberin dieser Tests, der Lisa Jakobi-Kressner, gemeinsam Vortrag in Berlin jetzt gehabt bei der DGI. Und letztendlich beruhen diese Daten auf einer Studie mit 109 retrospektiv ausgewerteten Patienten mit einem Implantatverlust von 41 Patienten zu einer Kontrollgruppe von 68 Patienten. Und das darf man so ein bisschen nur vorsichtig einem Genetiker sagen. Der sagt sofort, das ist letztendlich nicht großartig verwertbar. Zu einer gesicherten Evidenz gehören ein paar tausend Fälle, damit man letztendlich auch und vielleicht sogar noch mehr Gen stellen, um zu sagen, das hat auch sicher einen Einfluss. Ich denke, es ist vielleicht eine zusätzliche Information. Bin allerdings selbst auch ein bisschen zurückhaltender gewesen in den letzten Zeiten mit den genetischen Untersuchungen, weil letztendlich brauchen wir noch viel mehr Patientenfälle, um das auch wirklich zu verifizieren. Das macht alles Sinn von der Logik her und so weiter. Aber ob das denn tatsächlich so ist, denke ich, müsste man noch ein bisschen weitergehend da untersuchen. Der zweite Test, der gerne im Vorfeld gemacht werden kann und den finde ich durchaus sinnvoll, der hat nur einen kleinen Nachteil, da komme ich gleich drauf, ist der sogenannte Titan-Stimulationstest, auch über das IMD Berlin. Das heißt, man nimmt Blut vom Patienten ab, streut im Prinzip Titanoxidpartikel in roundabout 2 Mikrometer Größe, ist das, weil das die aktivsten sind, rein und misst gegen 0 die proentzündlichen Zytokine, TNF-Alpha und Interleukin-1-Beta und spricht dann aber bei einer positiven, über dem Referenzbereich liegenden Ergebnis immer von einem schon zwölffachen Risiko. Und das ist etwas, was man auch nicht wegdiskutieren kann. Das ist dann einfach so, dass der Patient in dem Moment einfach viel sensibler auf Titanoxid reagiert als ein Patient B, der eben dann keinen positiven Test hat. Der einzige Nachteil bei dem Test ist, der bleibt nicht das Leben lang so. Und das heißt, wir können heute einen Titan-Stimulationstest machen, der unauffällig ist. Man muss auch aufpassen, dass die Patienten gesund sind während dem Test. Das ist ganz wichtig, weil wenn er jetzt mitten in einer Erkältung oder einer Darmentzündung oder sowas steckt, dann hat er natürlich viel mehr proentzündliche Zytokine. Die wirken ja generell im Körper. Das ist ja kein spezifisches Zytokin, was jetzt ausschließlich im Kiefer gebildet wird, sondern letztendlich kommt der klassische Gliederschmerz bei einer Grippe immer hauptsächlich von diesen beiden proentzündlichen Zytokinen, weil der Körper, ich kriege keine Nahrung mehr von draußen, muss ich mir jetzt selbst irgendwie besorgen, die Mineralien aus den Knochen löst. Und das ist das, was uns wehtut. Und das sind die gleichen Zytokine, die wirken am Beinknochen genauso wie am Kieferknochen. Und insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man kann einfach gucken, dass die Patienten gesund sind und einfach wissen, es ist jetzt der jetzige Zustand, der sich vielleicht in fünf Jahren ändern kann. Aber ansonsten auch in der Preisrelation finde ich mit irgendwie roundabout 60 Euro im Vergleich zu 250 für die Titan auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Test, um die Entscheidungsfindung im Vorfeld weiterzumachen. Die wichtigste Entscheidung aber, die wir machen sollten, und da sollten wir uns wirklich alle Gedanken drüber machen, ist letztendlich die Anamnese des Patienten und sich da einfach Gedanken drüber zu machen, wen habe ich da vor mir sitzen? Ist das so ein chronisch Kranker, der an allen Ecken und Enden gerade am Aufblühen ist? Vielleicht ist dann Keramikimplantat ein besseres Implantat, wobei ich mir dann auch wieder Gedanken machen muss, dass ich ja ein völlig immunologisch inerrtes Material verwende, das auch so einfach gesagt irgendein paar Umdrehungen braucht, um richtig einzuhalten. Das macht das Titan halt sehr gut. Die Titanheilung erfolgt ja im Prinzip über eine definierte, kurzfristige Entzündungsreaktion. Das blüht einmal auf, um das Ding, und dann ist es drin. Und auf der anderen Seite habe ich dann langfristig eben vielleicht ein Problem, wohingegen ich bei Keramik letztendlich das Problem mit der, nicht ein Problem, aber ich habe einfach andere oder unauffälligere Heilungsmechanismen, die dann vielleicht, die auf der anderen Seite kompensiert werden müssen. Das heißt, ich muss meinen Patienten erstmal im Grunde vielleicht eher gesund bekommen als bei einem Titanimplantat, habe dafür aber langfristig kein Problem. Deswegen Anamnese, 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 Patienten selektieren und einfach sich überlegen, was mache ich mit dem, was hat der. Wir gucken immer nach dem D3-Spiegel, nach dem K2-Spiegel, vitaminentechnisch, weil wir wissen, dass es einfach sowohl immunologisch als auch letztendlich für einen Knochenmorphologismus sinnvoll ist. Und sicherlich sinnvoll sind auch die Mineralstoffe sich anzugucken. Wir machen das immer so. Es gibt ein wunderschönes Profil vom IMD, das Multisystemerkrankungen heißt, dass da wird im Prinzip oxidativer, nitrosativer Stress abgefragt, Histaminstatus abgefragt, TNF-Alpha. Und wenn da was positiv ist, da braucht es dann, zumindest ich brauche den dann, einen vernünftigen Hausarzt, mit dem wir dann aber auch gerne zusammenarbeiten, wo es dann erstmal weitergeht. Also, Titan-Stimulationstest bei uns, viel gemacht, gut gemacht. Wir haben auch viel Genetiken gemacht, aber auch schon genetische Fälle gehabt, die eigentlich mit uralten Titan-Implantaten ganz gut gelaufen sind. Und statistisch, oder wenn man das von der Evidenz her sieht, ist das, glaube ich, noch ein bisschen ausbaufähig, aber gibt einem im Zweifel vielleicht auch nochmal ein bisschen zusätzlichen Anschub. Aber das Wichtigste halte ich einfach dafür, dass man sich die Anamnese gut anguckt. Gut, ein kurzes Kommentar, Titanoxid, vielleicht hat es einer mitbekommen, Frankreich hat es dieses Jahr als Weißmacher in Lebensmitteln verboten. Das ist ja der meistverwendete weiße Lebensmittelfarbstoff, sei es in Zahnpasta oder auf jedem weißen Bäckerteilchen irgendwo. Ich hatte dann mit Volker von Beer länger gesprochen, da habe ich vom EMD, und letztendlich muss man überlegen, was haben die da gemacht? Also, das Krebserregend wurde, dann ging durch die Presse Titanoxid, und dann hast du natürlich die Patienten da sitzen, ich habe ein Titanimplantat, jetzt kriege ich Krebs. Das muss man ja nicht unbedingt so aufgreifen. Die Studie, auf der das im Wesentlichen beruht, das ist wirklich nur jetzt ein bisschen sekundär, aber einfach mal zum Wissen, fand ich das relativ spannend. Die haben massiv Ratten mit Titanoxid-Nanopartikeln bedampft und in die Atemluft gegeben. Die Lunge ist einfach dafür da, dass wir durch einen sauberen Wald laufen eigentlich und Sauerstoff atmen und das irgendwie versorgen können. Und das Dreckige, was wir über den Mund aufnehmen wird, vom Darm gefehlt hat. Und Nanopartikel, da kann man klein gemahlen, das Zirkonnehmen, Schrankwandnehmen oder was weiß ich was nehmen, löst immer irgendwie in der Lunge Krebs aus. Von daher ist dieser Versuchsaufbau an sich wohl, zumindest wie der Volker von Bell mir das gesagt hat, relativ kritisch zu sehen. Was aber sicher ist, ist, dass Titanoxid immer eine immunologische Reaktion auslöst. Deswegen halten Titanimplantat ein. Und jetzt muss man natürlich überlegen, dass bei Patienten, die Morbus Crohn haben oder chronische Darmentzündung, wenn die halt nicht wissen, dass in jedem Mozzarella eine Unmenge an Titanoxid als Farbstoff drin ist, dann ist das natürlich auch nicht wunderbar, wenn die das mitnehmen. Wollte ich nur kurz reinbringen, weil das immer wieder mal kommt. Und auch gerade so weit Titan jetzt ja auch nicht so das Schlimmste ist. Aber letztendlich halt, dass man weiß, warum das verboten ist. Also gehen wir zurück zu unserem Keramik als Implantatmaterial. Es ist de facto natürlich ästhetisch einer dunklen oder schwarzen Zitanschraube auf jeden Fall überlegen. Das wird jeder, der das im Mund auch einmal eingesetzt hat, berichten. Es ist ein Traum, wenn man das Weichgewebe anguckt, dass auch wenn man das histologisch untersucht, dann kann man im Prinzip relativ schnell feststellen, dass es sich das Weichgewebe besser und anders verhält als bei Titanimplantaten. Wenn wir Keramikimplantate verwenden, was gibt es da auf dem Markt oder was verwendet man dafür? Im Prinzip habt es welche aus Idrium-Zirkonenoxid, Idrium-stabilisierten Zirkonenoxid oder jetzt beispielsweise Ceramics aus ATZ, das ist Aluminium-verstärktes mit 20% Aluminiumoxid-verstärkte Zirkonenkeramik, die noch mal fester ist. Was wichtig von mir her, da ich auch so ein bisschen damit involviert bin, in diese Herstellungsverfahren, auch über die Titanimplantate, ist, dass wir unterscheiden müssen, gibt es ein Spritzgussverfahren oder ist es ein Spritzgussverfahren hergestellt oder in der Hartbearbeitung. Die Hartbearbeitung hat natürlich den Riesenvorteil, dass sie ein industriell vorgefertigtes Werkstück haben, was einfach besser nicht auszuhärten ist. Es ist wesentlich materialinvasiver für eine Herstellung her, als wenn sie Spritzgussverfahren in Formen machen, wo 500 Implantate drin sind und die auspressen. Aber alleine das Trennmittel, das sie brauchen, um die Implantate dann nachher wieder rauszuholen, ist immer auf ihrer Implantatoberfläche. Und das sieht man auch irgendwie allein makroskopisch schon. Und deswegen würde ich immer ein Implantat bevorzugen, das aus dem Harten gefräst ist. Besser und härter kann man das letztendlich nicht herstellen. Hältes Zeug? Im Prinzip ja. Man hat herausgefunden, weil früher, als wir angefangen haben mit Zirkonoxid in den Brücken, war ja die Diskussion, gehen die kaputt, altern die 50 Prozent Verlust der Festigkeit und wie auch immer, haben wir dann im Prinzip ja, hat man festgestellt, dass es gibt Veränderungen in der keramischen Struktur durch Feuchtigkeit, durch Alterung, aber die betreffen nur die obersten 5 Mikrometer und der Rest bleibt so stabil und das in der Simulation von über 60 Jahren. Das heißt, da sind sich auch alle irgendwo einig vom Material, da haben wir schon was und da zeige ich auch gleich noch einen Fall zu, der dazu eigentlich passt, was von der Stabilität her auf jeden Fall ausreichend sein sollte. Wir wissen auch, dass mikroraue Oberflächen heute ähnliche, das gleiche, wenn nicht sogar bessere Bone-to-Implant-Kontakt-Werte entwickeln wie Titan-Implantate und dass es keinen Unterschied gibt, was die Bone-to-Implant-Kontakte gibt zwischen Ithrium-stabilisierten Zirkon-Implantaten und ATZ-Implantaten. Also das funktioniert von der Knochenheilung her gleich und man hat eher den Vorteil, dass die Implantate aus ATZ-Implantat-Keramik noch härter sind. Welche Typen gibt es? Wir haben angefangen mit einem einteiligen Implantat, die Thüringer Sofort-Implantate als Beispiel, die alle eigentlich super gut funktioniert haben, aber alle abgebrochen sind. Und da war ja letztendlich lange, lange Pause und dann, als man die Möglichkeit hatte, mit Zirkon weiterzumachen, hat man sich auch erst getraut, erst mal die einteiligen zu machen, aber zum Leidwesen aller, die die Vorzüge der zweiteiligen Implantate in der Titan-Implantologie nutzen konnten, dann unterscheiden wir zwischen irreversibel und reversibel zweiteiligen Implantaten. Irreversibel nehme ich einen Teil und stecke es drauf und zementiere es und damit ist es ein einteiliges und das reversibel zweiteilige habe ich eben immer die Möglichkeit, dass ich mit einer Schraube arbeite, die ich dann wieder rausnehmen kann. Einteilig, nur mal kurz Gedankengang, in der Front ist jetzt zusammengefasst, weil wir ja über die PDF-Com Animationen senden können. Wenn man sich das so vorstellt, wie so ein Implantat an so einem Einser drin ist und wir setzen das Millimeter-Supergangival-Bukal, dann geht der Knochen ja noch so, lass ihn roundabout einen Millimeter zurückgeben. Das heißt, ich habe da die ersten zwei Millimeter Tasche, das wäre noch alles völlig in Ordnung, nur habe ich ja dann und freue mich dann, wenn ich eine vier, fünf Millimeter hohe Papille habe und wenn man sich halt jetzt die Konstruktion eines runden, einer runden Basis anguckt, dann starte ich im Prinzip sofort mit einer Situation, die mit einer Tasche startet, die eigentlich über fünf bis sechs Millimeter ist und ist die Frage, will ich das wirklich? Und das zweite hauptsächliche Problem ist, wie kriege ich an solcher Stelle eigentlich sicher mein Zement wieder weg? Da gibt es eine ganz tolle Studie von 1997, die ist uralt, die haben, glaube ich, sechs erfahrene Oberärzte von der Uniklinikabteilung drangesetzt und haben unter Laborbedingungen mit irgendwelchen Blöcken haben die Zementreste entfernt und sie konnten bei allen sehen, da sind immer noch Zementreste drauf. Von daher ist egal, auch welche Technik ich nehme, ob ich das jetzt vorzementiere oder ein kleines Abschlusslöchlein in Palatinal reinmache, das Venting, das verbessert die Situation unheimlich, aber letztendlich habe ich immer das Problem, dass ich da irgendwo rumkleben muss und unabhängig von der Position des Implantates ist das aus prothetischer Sicht ein einteiliges Implantat und aus biologischer Sicht in der Vermeidung einer primär schon generierten Tasche eigentlich nicht das, was ich unbedingt gerne haben möchte, wenn ich eine Alternative zu einem Titanimplantat haben möchte. Das hier ist mein allererstes Keramikimplantat gewesen, ein einteiliges Implantat und man sieht auch beim Sechser, das ist natürlich ein Riesensechser, der drauf ist und wenn man dann sich überlegt, was passiert von der eigentlich schön regenerierten Papille bis unten zur Implantatschulter, auch ich habe gekämpft, um alles dort versuchten, irgendwie wegzumachen. Klinisch hat es jetzt nach vier, fünf Jahren keine Auswirkungen gehabt, aber darin sehe ich letztendlich den Hauptnachteil von einteiligen Implantaten. Die reversibel zweiteiligen Implantate waren ja letztendlich der Versuch, die Einheilung ins Geschlossene zu, oder sind der Versuch, die Einheilung ins Geschlossene zu verlagern, indem ich das Teil dann erst aufklebe oder einsetze, definitiv einsetze, wenn das Implantat versorgt wird und auch hierzu einmal nur ein kurzes Gedankenspiel, wenn wir jetzt, das war bei dem bisherigen System von Ceramik so, dass man den Locator beispielsweise verkleben musste, finde ich einen unheimlichen Nachteil, weil wenn der einmal drin ist, kann ich die Konstruktion halt nie mehr ändern, der ist drin und da bin ich eigentlich froh, wenn ich den die Möglichkeit habe, dann das wieder verschraubt zu machen und es ist ein Teleskopfall mit Zähnen, natürlichen Zähnen, ich habe da Edelstahlteleskope draußen gemacht, kann man mit Keramik machen, wie auch immer, wir haben aus Platzgründen da Edelstahl genommen und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit und wenn man das letztendlich sieht, wo der Patient herkommt, es gibt einfach so, sagen wir mal Patienten, die sind nicht ganz so jetzt fürs Zähneputzen geboren und da ist so ein Keramikimplantat einfach wirklich eigentlich schon indiziert, weil ein Titanimplantat, das kriegt der niemals sauber und nach einer Weile, wenn man sich das anguckt im Mund, sehen die Implantate trotz Edelstahlkäppchen, nicht keramischer Käppchen, tausendmal besser aus als die Zähne. Das heißt, wir wünschen uns alle und haben sie jetzt zur Verfügung, dass wir ein reversibel zweiteiliges Implantat haben, dass das Thema nicht ganz so einfach ist, sieht man, wenn man die verschiedenen Konstruktionen der Hersteller anguckt, auch das mittlere Implantat mit diesem gegenläufigen, sich aufspreizenden Schraube da drin, also das ist einfach materialtechnisch sehr, sehr schwierig und deswegen sind wir froh, dass wir das System so haben, wie es ist, mit dieser Karbonfaser infiltrierten Piekschraube, die auch schon erläutert wurde, die für mich war letztendlich der ausschlaggebende Grund, dass ich damals angefangen habe, die Ursprungsstudie vom Benedikt Spieß in Freiburg ist es durch, meine alten Uni übrigens, ist es durch die Kaumaschine gelaufen und hat alles gehalten und ist genauso kaputt gegangen wie die Titanimplantate, also auf Maximaldruck letztendlich und auch vom Handling her habe ich mit der Art von Schraube überhaupt keine Probleme, was das Thema Schraubenlockerung oder fast keine Probleme, was das Thema Schraubenlockerung angeht und von der Logik her macht es auch einfach letztendlich irgendwo Sinn. Die Karbonfasern in der Richtung stellen sich einen Fahrradlenker vor, den können sie in die Hochunterrichtung bewegen, in die andere gar nicht mehr und das ist letztendlich das, warum diese Schraube auch so aufwendig von der Herstellung ist, weil die ganz sauber und längst letztendlich dort rein polymerisiert worden sind. So, wie machen wir das Ganze? Wenn wir, das Schöne ist, wir können das genauso handhaben wie mit einem ganz normalen Titanimplantat. Das heißt, wir setzen das Implantat, legen es frei, haben ein Heilungskäppchen drauf oder die Variante P6 und auch TX-T sind ja trans, teils trans-gingival, auf jeden Fall nicht epi-gingival, also kleine klassische Tissue-Level-Implantate, die kommen dann auch irgendwo selbst raus. Komme ich nachher nochmal drauf, ob ich das denn so toll finde oder nicht. Auf jeden Fall Abdruckpfosten, Abdruck machen und wir haben natürlich einen relativ großen Durchmesser der Schraube, aber den muss ich ja mit der Krone nicht nehmen. Das heißt, hier sehen wir die Modulation für das E-Max-Gerüst, die definitive Versorgung von uns, unserer Technikerin hier. Und jetzt kann ich ja natürlich oben bei der im Labor auf das zur Grundteil verklebten Schraube, die auf das zur Grundteil verklebte Krone den Schraubengang oben so weit zumachen, dass nur noch mein Schraubenzieher reinpasst und dann ist diese Öffnung auch völlig überschaubar von der Größe her und mit den entsprechenden Maßnahmen, die man so auch immer macht, zu verschließen und zu vernachlässigen und ich habe immer eine kleine Revisionsklappe, falls irgendwo was mal dran wäre und kann die Krone abnehmen. Das für die Seite ein ganz konventionelles Bild und wie wir das so kennen und auch gerne weiterführen würden. Was gibt es dazu zu beachten letztendlich? Was Gift ist für alle Implantatkronen, aber insbesondere für keramische Implantatkronen sind solche Lateral-Trussionsbewegungen und das kann ich wirklich nur jedem sagen. Wir machen in der Regel fast standardisiert, wenn es 6er, 7er ist, hinten momentan eine Brooks-Checker-Folie im Anschluss, um die vor allem Artikulation der Patienten zu kontrollieren. Wir haben einmal, deswegen wollte ich den Fall auch zeigen, ein bisschen Schilfbruch mit einem sehr stark proxierenden Patienten auf diesen zwei Implantaten erlitten. Da hat sich aus irgendeinem Grund die Schraube gelockert und er hat es geschafft, die Ganze loszubekommen und hat dann und das macht einem letztendlich auch, was die Fraktur-Idee anbekommt oder die Angst vor Frakturen letztendlich ankommen, eigentlich Hoffnung, weil da haben sich minimal kleine Scherbchen gelöst. Was für ein Mist und überhaupt, das ist irgendwie schrecklich und alles und das hat sich fast, also wir haben die Bilder zusammen mit meiner Kollegin angeguckt und das hat sich in der Tat fast drumherum so ein bisschen da bewegt. Also aufpassen, das kriegen auch alle Patienten gesagt, wenn da irgendeine Bewegung drin ist, haben die irgendwie mehr oder weniger am nächsten Tag hier zu sein, sodass man da drauf reagieren kann. Was haben wir in dem Fall gemacht? Wir haben einfach die Konstruktion geändert. Das heißt, wir sind und hatten ja den Vorteil jetzt, dass wir diesen eingeklebten Aufbau von dem ursprünglichen T-Implantat nehmen konnten, haben das vorne gemacht, haben gesagt, wir verbinden die beide zusammen haben den mit einem Faden und hier sieht man übrigens auch, das ist ja die gleiche Riesenproblematik. Jetzt stellen Sie sich vor, auf dem rechten Bild, Sie müssen da eine Krone drauf zementieren. Macht Spaß. Faden rein, blutet nicht schön, wollen Sie eigentlich überhaupt nicht anfassen, weil das ist ja genau das, was das Implantat ausmacht aus Zirkon, dass wir eine unheimlich gute Weichgelebsartversion haben und jetzt stopfen Sie da einen Faden rein und bruppeln da irgendwie Ihren Kleber raus, das will niemand. In dem Fall brauchen wir ja nur einen kleinen Tropfen Kleber als Rotationsschutz. Hier haben wir reingebracht, den Aufbau zementiert, eine Vollzirkonenbrücke gefräst und wir machen immer bei den Vollzirkonenbrücken, gibt es vorher eine Refo-Wachsbrücke, dieses rote, Dr. Reusch hat das eigentlich ganz schön beschrieben und da kriegen die Patienten auf der anderen Seite Gummibärchen und dann kauen die sich das Ganze ein und das ist irre, was Sie bei vorhandenem Schwimmstockkontakt, der wunderbar funktioniert plötzlich und ich würde, habe ich so häufig schon erwischt, schrauben wir raus, können wir fertig machen, ach komm, wir lassen sie noch ein bisschen kauen, was da plötzlich für Bahnen drauf sind. Da haben Sie schon mal ganz viele Lateralbahnen einfach weg und die Konstruktion ist jetzt so, wie sie ist, seit zwei Jahren im Mund und das funktioniert super. Insofern ist das auch nicht ein Riesendrama jetzt gewesen und wir sehen aber auch von der Stabilität her, funktioniert das alles weiter. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie stelle ich denn überhaupt Implantate ein und das ist auch schon von 2008, aber eigentlich eine uralte Theorie, natürlich geben Zähne mehr nach, wenn ich zusammenbeiße und das Implantat gibt überhaupt nicht nach, das ist jetzt auch kein Unterschied von Titan zu Zirkonen, aber wir machen das so, wir stellen da keinen Schimmstock mehr ein, das heißt der Schimmstockkontakt kommt dann, wenn die Patienten feste zubeißen, wir beseitigen alle Lateralenbahnen und insbesondere, wenn das 6er, 7er oder 5, 6, 7 in der Folge sind, kriegen die Patienten noch so eine 0,2 Millimeter dicke Bruchscheckerfolie mit für eine Nacht, die sie tragen und da sehe ich dann auch nochmal drauf, dass ich meinen statischen Kontakt gerne habe oder ganz knapp halt habe und aber auf keinen Fall irgendeinen Lateral-Tursions-Kontakt und genau, was mache ich denn jetzt auf dieses Kerage-Implantat drauf, gibt es denn, ist das jetzt da alles nur passiert, weil wir da irgendwie ein Material drauf gemacht haben, was funktioniert oder nicht. Die Studie ist inzwischen veröffentlicht, die vom Frank Spitznagel aus Düsseldorf, von meiner ehemaligen Kollegin der Petra Gerd-Mühlen, die haben ein tolles Review gemacht, was eigentlich auch meine gesamte klinische Erfahrung widerspiegelt, was das Thema angeht, das war jetzt auch sehr spezifisch auf Keramik-Implantate, betrifft aber letztendlich alle irgendwo. Die haben einfach geguckt, was passiert denn mit Einzelkronen und mit Brücken auf Keramik-Implantaten und sie haben untersucht, verblendete Brücken, sie haben nicht Unterschieden zwischen Zirkonen und E-Max, das müsste man vielleicht noch machen. Was ist der Unterschied nach einem Jahr, nach zwei Jahren verblendete Brücken, Einzelkronen monolithisch und Einzelkronen verblendet. Und da haben sie festgestellt, die Überlebensrate nach ein und zwei Jahren hat alles noch funktioniert und die Patienten waren alle zu 99 Prozent super zufrieden. Aber was ist der Komplikations- oder welches Chipping haben sie festgestellt? Nach einem Jahr hatten schon Viertel der Brücken, also auf keramischen Implantaten, hatten schon Chippings. Die werden natürlich kleiner, weil wir wissen, wie wir die keramischen oder die Zirkonengerüste unten drunter gestalten heute und weil wir die Verblendung und das ist, und die Petra Gertenmühle ist eine exzellente Prothetikerin und da sind tolle Techniker im Hintergrund dran, die auch die Studien mit begleiten. Also die wissen schon, was sie machen und entsprechend besser sind wir schon geworden als vorher, hat damit zu tun, wenn wir sehen, Chipping nach zwei Jahren verblendete Brücken, fast die Hälfte der Brücken hat irgendeinen kleinen Schaden mindestens. Den Patienten ist es auch überhaupt nicht aufgefallen, weil die Chippings halt kleiner werden. Das sind nur kleine, minimale, raue Stellen und der große Approximalkontakt bricht heute nicht mehr so schnell weg. Aber in der Hälfte der Fälle haben wir die ersten Probleme nach zwei Jahren, wenn wir das verblenden und monolithisch passiert halt gar nichts. Und insofern, das fahren wir das auch, also deswegen haben sie eben auch eine komplett fräste zur Grundrücke gesehen, die auch ästhetisch heute so langsam vernünftig irgendwo aussehen. Und ich mache immer noch auf die Emax-Kronen eine kleine Verblendung drauf, einfach damit ich sie besser in der Okklusion und Artikulation korrigieren kann. So viel zum Thema Seitenzahn. Letztendlich auch Troubleshooting, weil das betrifft ja auch so ein bisschen jetzt die Entwicklung, wo geht es denn eigentlich hin und welche Produkte habe ich zur Auswahl? Den Fall, der ist relativ aktuell, ein ewig altes 3i-Implantat, genau an der Stelle, an denen sie immer kaputt gehen, abgebrochen. Aber was war es? Und das sind auch immer die gleichen, ein 4-0er-Implantat mit einem dicken Molar drauf. Und nur mal als, das funktioniert natürlich nicht immer, aber die Patientin hat jetzt wirklich einen tollen Knochen, wir haben einen passenden Bohrer davor gehabt, rausgeholt, dickes reingesetzt und das Ganze ist letztendlich fertig. Warum habe ich das drin? Weil ich die Durchmesser auch gerne in Keramik hätte. Das heißt, ich möchte, wir planen eigentlich nicht mehr so, dass wir, mein Vorgänger hat zum Beispiel immer gesagt, die Goldteilkronen, die ich gemacht habe, die langen ihr ganzes Leben lang. Da brauchen sie nie mehr zum Zahnarzt gehen, das ist ein Lifetime-Solution, das funktioniert. Ich finde nicht mehr, dass wir bei Implantaten, auch bei konventionellen Implantaten oder wie auch immer, von Lifetime-Solutions unbedingt sprechen müssten und das geht eigentlich durch auch alle seriös referieren und durch, die immer sagen, ja, wir benutzen heute ja nicht mehr ewig lange Implantate, wir benutzen keine besonders dicken Implantate mehr und da ist so ein bisschen mein Wunsch, dass man einfach da der Titan-Implantologie wieder etwas näher kommt und nicht nur ein Standard-Implantat mit 4,0 hat und dann das nächste mit 5,5, sondern einfach daran denken muss, vielleicht muss so ein Ding auch mal wieder raus und wenn es dann so einfach geht wie das hier, dann ist es sicherlich ein super Fall. Und wenn ich einen 5,5er wieder rausmachen muss, dann habe ich vielleicht ein bisschen größeres Problem. Wir gucken uns das mal in der Front an, nicht das mit dem Rausfallen, sondern die eigentliche oder eine ganz tolle Indikation für keramische Implantate. Der erste Fall ist quasi ein komplett konventioneller Fall mit einem, das ist eine PA-Patientin, die hat kein wunderschönes, keine wunderschönes kalopierende Gingiva. Der klassische Fall, wo man sicherlich darüber nachdenken sollte, dass die Patientin gut aufgehoben ist mit einem keramischen Implantat, wo einfach die Pflege schon viel, viel leichter ist. Wie gehen wir da vor oder wie gehe ich da in solchen Fällen, wenn der Knochen am Anfang so ist, dass ich denke, ein sofort Implantat geht in dem Moment nicht. Vorher, ich raue die Gingiva oben mit so einem kleinen Separierbohrer an. Egal, was da kommt, immer eine ganz, ganz vorsichtige Extraktion mit einem Benex, eine vertikale Extraktion, leichte Lockerung der Zähne vorher mit einem Skalpell. Dann haben Sie eigentlich eine schöne knöcherne Alveole und in dem, zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht getraut, da sofort was reinzumachen und wenn ich da nichts sofort reinmachen kann, gibt es eine kleine Tasche. Wir machen einen Kollagentkegel dort oben rein und machen ein Kombi-Graft oben drauf als Abschluss. Das gibt einfach die schönsten Ergebnisse im Nachhinein, was das Weichgewebe und die Peri-Implantäre-Situation angeht, in der Kombination mit dem oberen Anteil aus Epithel und ein freies Bindegewebe unten drunter, das schön festgetackert. Damit ist die Alveole wunderbar verschlossen. Oben am Gauben eine ganz normale Heilungssituation. Das ist direkt nach dem Verschluss. Das ist so das typische Bild, wenn es noch ein bisschen geschwollen ist, nach anderthalb Wochen, wenn die Fäden rauskommen. Und letztendlich mit dem Provisorium, was wir auf der Nachbarzahnkrone abgestürzt haben, sieht man dann, wie schön sich das dann ausformt. Und jetzt habe ich natürlich auch eine wunderbare Situation, wo ich dann letztendlich loslegen kann und ein Implantat setzen kann. Ganz normal, wir haben ein Provisorium genommen als Richtungsindikator. Das brauchen Sie immer. Ich versuche, die Implantate in der Front weitestgehend so zu setzen, dass ich sie von Palatinal verschrauben kann. Das ist ganz konventionell Protokoll von Daniel Buser sicherlich schon seit 15 Jahren Early Implant Placement beschrieben. In dem Fall haben wir ein P6 genommen, 4,2 Millimeter inseriert und auch wieder ganz konventionell, wie wir das immer gemacht haben, mit Eigenknochen im oberen Bereich abgedeckt und im unteren Bereich mit nicht präsorbierbaren Bovinenmaterial und dann mit einer Membran abgedeckt. Ganz zurück dem ganzen System folgend und dann haben wir noch für ein paar Wochen das Provisorium nach vier, fünf Monaten Einheitszeit umgewandelt und um ein bisschen die Gingiva noch mehr zu formen. Dann hat das alles funktioniert. Dann macht man sich so einen individuellen Abdrucklöffel, der mit dem Provisorium, damit der Techniker nicht nochmal irgendwas an dem Zahn modifizieren muss und Abdruckkrone, Einzelzahnkrone und man sieht hier ist überhaupt kein Druck mehr auf der Gingiva drauf, deswegen mache ich die bei Frontzahnimplantaten eigentlich immer. Und dann haben wir hier nochmal eine Röntgenkontrolle, die schon ziemlich vernünftig aussieht und letztendlich dann eine Situation auf dem Modell, die so ist und man nimmt sich dann als Klebebasis quasi auch in der Front. Das ist die Situation dann direkt nach dem Einsetzen. Da muss man natürlich ein bisschen warten, bis man ein schönes Bildchen hinbekommt. Die sieht dann so aus. Und wenn man das nochmal mit dem Anfang vergleicht, wo wir hergekommen sind, wo wir hingelaufen sind mit dem Implantat, finde ich für eine doch ein bisschen kompromittierte, nicht übertrieben Hygiene-Belogastate-PA-Patientin ist das ein sehr schönes Ergebnis. Auch wenn man analysiert, was ist Bukal passiert, ist es eigentlich gar nichts passiert und von den Papillen her hat es sich auch gehalten. Das ist natürlich ein bisschen verschlossener als die alte Situation, aber die Situation ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Und das Ganze ist hier auch nochmal letztendlich ein paar Monate später. Und wir haben inzwischen auch, das ist 18 Monate später, ein bisschen anders aufgenommen, aber das sind unheimlich stabile gingivale Verhältnisse, die einfach wunderschön sind anzugucken. Und wenn man sich die Rundenbilder dazu anguckt, dann sehen wir, dass wir natürlich eine Remodellation haben. Auch das ist letztendlich so ein bisschen Richtung Troubleshooting oder Wunschkonzert. Das ist genau der typische Knochenabbau, den man auch von den Straumännchen kennt. Den Tissue-Level, das geht immer runter bis zur aufgerauten Oberfläche. Das geht auch relativ schnell, wie man hier auf den Bildern sehen kann, aber letztendlich hat es natürlich klinisch hier überhaupt keine Konsequenzen, weil die Papillen von den Nachbarzähnen gehalten werden. Und außerdem habe ich ein Zipkonen ein tolles Material, was letztendlich auch noch ohne Kleber letztendlich dort unten eingesetzt wurde. Wahl des Implantatdurchmessers war bei dem Fall jetzt 4,2, weil es geht gleich noch ein bisschen weiter, aber wir haben in dem Fall halt auch analog zur Titanimplantologie, also kein zu dickes Implantat, also lieber ein dünnes Implantat, Palatinal 2-Millimeter-Sätzen gewählt gehabt. Ja, funktioniert das Ganze langfristig oder nicht? Ich denke, die meisten kennen diese Meta-Analyse, das Review vom Stefan Röhling, der das Ganze verglichen hat, und man braucht da gar nicht ganz groß in irgendwelche irren Zahlen reingehen, aber man muss halt letztendlich da schon sehen, dass die kommerziell erhältlichen Systeme natürlich nicht die Daten aufweisen können, die jetzt Titanimplantate haben, weil die Entwicklung, die wir heute durchmachen, einfach viel, viel, viel schneller geht als die Titanimplantologie, und wenn Sie einen anderen Teil der Oberfläche drauf machen, wenn Sie die Aufbauten oben ändern und so weiter, sind Sie statistisch eigentlich schon nicht mehr lauffähig. Die Überschrift stimmt nicht ganz hier, das ist natürlich das, das, doch, nee, stimmt, kommerziell erhältliche, genau. So, wenn man das miteinander vergleicht, dann hat man eigentlich, es bringt einem nichts, wenn man Systeme jetzt vielleicht mit 5-Jahres-Studien hat, aber die gibt es nicht mehr, oder die haben eine andere Stufe, oder eine andere Geometrie, oder was weiß ich. Was man sagen kann, ist, dass bei allem Frühverluste, Spätverluste, Frakturen, wie auch immer man das sagen kann, die kurzfristigen Daten, die man ja zur Verfügung hat, bei den kommerziell erhältlichen, und bei den nicht mehr kommerziell erhältlichen, die besser werden, also die Überlebens- und Frakturraten von kommerziell erhältlichen Implantaten haben sich im Vergleich zu nicht mehr kommerziell erhältlichen Implantaten signifikant verbessert, das ist eine wunderbare Kernaussage, und die einteiligen Keramikimplantate zeigen eine identische 1-2-Jahres-Überlebensrate im Vergleich zu Titanimplantaten, also das, was wir verwenden können, scheint zumindest, was die kurzfristigeren Daten angeht, zur Verfügung zu sein. Jetzt verlassen wir nicht die Frontzähne und auch nicht die Idee hintendran, sondern wir gehen im Prinzip weiter und sagen ja, jetzt haben wir uns getraut, das so nach dem Early-Implant-Konzept vom Daniel Buser zu machen, können wir das dann auch sofort machen. Und das ist eine junge Dame, der 1er abfrakturiert war, und das ist natürlich relativ dankbar, wenn man so eine Patientin bekommt, weil jeder, der das in der Front mal gemacht hat, sieht eigentlich auf den ersten Blick, oh, das könnte eine ziemlich gute Situation für ein Sofort-Implantat sein. Den hat es ordentlich zerbröselt, den Zahn, und wenn wir das von oben angucken, sie hat wunderbare dicke Gingi, weil es ist keine Rezession da und gar nichts und relativ wenig Entzündung, also das funktioniert alles. Räumt ein Bildchen dazu, und in den Fällen mache ich immer eine 3D-Planung, das heißt, ich um, sagen wir mal, um auch vor allem eine prothetische Situation des Implantates hinzubekommen, dass ich mit einem palatinalen Schraubengang die Situation prothetisch gelöst bekomme. Ich möchte eventuell sogar eine Option haben, da sofort was drauf zu machen, und ich möchte es auf jeden Fall in der richtigen Position sitzen haben, deswegen ist das eigentlich so für mich die Indikation für eine Guided Surgery, um das Sofort-Implantat. Das heißt, ich mache bei denen immer ein DVT, und man sieht, wir haben eigentlich auch hier idealerweise den Knochen noch vorne wunderbar dran, palatinalen Schraubengang-Position gewählt, und dann haben wir die andere Krone noch abgemacht, weil die auch nicht so gut gefallen hat die ganze Zeit, und da war dann eine ganz interessante Präp drunter, die haben wir dann noch ein bisschen aufgebaut, damit das irgendwie ein bisschen vernünftiger aussieht, und nochmal Checkliste durchgegangen für die Sofort-Implantation. Sie hatten eine hohe Lachlinie gehabt, das war der einzige Risikofaktor, keine Rezession gehabt, hat einen unheimlich dicken Biotyp gehabt, der bukkale Knochen war komplett da, und sie hat eine kleine Entzündung nur gehabt. Das heißt, idealer Fall für eine Sofort-Implantation, und zu dem Zeitpunkt gab es auch letztendlich ja schon das XT-Implantat, was zur Verfügung stand, wo ich auch dann erwarten konnte, dass die Primärstabilität ausreichend ist. Wie mache ich das immer? Ich warte, wenn es geht, eigentlich so ein bisschen drei, vier Wochen, weil wir kurzen dann den Zahn, holen dieses komische Zeug da oben ein bisschen raus und machen einen kleinen Verschluss aus Composite oben drauf, der sauber ist. Da wartet man drei, vier Wochen mit dem Provisorium, das haben wir über den Nachbarzahn einfach drangehängt, und so einen kleinen Rotationsschutz an den Zweiern noch hinten dran gemacht. Natürlich soll die dann nicht mit viel abbeißen, aber was dann passiert, ist, dass sich das Zahnfleisch, dass die Gingiva anfängt, über den Zahn zu wachsen, und das langt in der Regel, um einen dichten Verschluss hinzubekommen, ohne Gingiva-Transplantat. Das kann man dann immer natürlich noch optional bei einem zweiten Schritt machen, aber manchmal, wie jetzt bei der Patientin auch, hat das völlig ausgereicht. Wie eben gesehen, vorsichtige Extraktionen von dem Zahn, war sicherlich nicht das verkehrteste, das Ding da rauszuholen, und dann habe ich von meinem SIC-Set die Guided Surgery-Instrumente genommen, das funktioniert auch ganz gut, und dann den letzten Bohrer quasi dann, man kann ja die Führung auch anhand der Parallelität der Hülse letztendlich, oder dieser gedruckten Hülse oben machen, und dann die letzte Bohrung noch mit dem letzten Bohrer von Ceramex, und dann das XT, und in dem Fall eben auch ein 4,2-XT-Implantat, Palatinal positioniert. Das hat sich wunderbar unten reingedreht, und wir hatten dann 35 Newton-Zentimeter, eine Sofortversorgung, haben sich trotzdem nicht gemacht, und wenn man jetzt da drauf guckt, dann ist das eigentlich genau so, wie ich das gerne bei meinem Titan-Implantat gehabt habe, immer. Das heißt, ich habe mir einen Spalt, oder nach Bukal hin aktiv 2 Millimeter Spalt, oder und Knochen dann später produziert, wenn man sich das jetzt als Titan nochmal anguckt, so, das rechte ist sicherlich aus den 80er Jahren, vom Uli Krunder schon, wir setzen aktiv unser Implantat nach Palatinal, damit wir eben da genügend Knochen haben, und den Knochen aufbauen können, auch setzen wir die Implantate nicht zu tief, das haben wir hier alles gemacht, und in dem Fall habe ich dann, wie ich es dann anders auch mache, Bio ausgenommen und den Bereich aufgefüllt. Das Ganze von oben mit zwei, drei Nädchen an das Heilungskäppchen fixiert, man sieht, das langt völlig vom Verschluss her, ich musste es ja abdecken irgendwo, Provisorium wieder drauf gemacht, und dann gewartet. Wirklich analog der Technik damals noch viel, das von der Titanimplantologie kennen, das wunderbar verheilt, und dann haben wir im zweiten Schritt, weil sie den 1.1 noch unbedingt behalten wollte, 2.1, dann nochmal eine kleine WSR gemacht, mit einem Mikroskop und MTL unten dran gemacht, und weil sie so ein bisschen Rezession hatte, da oben, habe ich dann das Ganze nochmal aufgetunneliert, und nochmal inklusive Membran ein bisschen durchaus von vorne dran geschoben, nur aus ästhetischen Gründen. Hätte ich eigentlich einen Block nehmen sollen, dann wäre es noch ein bisschen netter geworden, aber im Wesentlichen ist es eigentlich auch so schon ganz gut geworden. Das Ganze wieder zugetackert, und so langsam waren wir so weit, dass wir das Implantat versorgen konnten, haben das Provisorium geswitcht, haben ein rein Implantat getragen, das Provisorium aus dem Brückenprovisorium gemacht, wieder gleiche Technik wie eben, das heißt, wir haben das Ganze übertragen in die Laborsituation, individualisierte Abformpfosten, haben die zwei ja noch mitpräpariert und wieder aufgebaut, und das ist von der Julia Habs, unsere Zehntechnikermeisterin, dann die Arbeit auch wieder als Klebebasis, das Zirkon teilgenommen, ein Millimeter gegenüber Höhe, und eine Imex-Krone letztendlich im Labor, in der Situation dann miteinander verklebt, und hier sieht man ganz schön, die Position vom Implantat ist eigentlich genauso, hingekommen, wie wir das haben wollten, und wir kommen da palatinal raus, können Imex wunderbar anätzen, sie lahnen drauf, und ich habe einen AT7-Verbund zur Füllung, und das Ganze sieht dann im Mund kurz nach dem Einsetzen letztendlich auch so aus, die raucht auch, also das ist jetzt auch nicht so ein High-Scalop-Case, war sie aber auch nie, aber trotzdem ist das für die gesamte Situation ein sehr, sehr stabiles Ergebnis geworden, und die anderen natürlich sehr glücklich damit. Jetzt muss man so ein bisschen aber in die Detailanalyse gehen, weil das wollen wir ja auch gucken, weil ein bisschen war der Titel, bleiben wir jetzt beim Alten, müssen wir das Ganze beim Alten so verwenden, kann ich das alles so machen, wie ich will, und wenn man jetzt nochmal da hingeht und guckt, das ist das, wie ich es genau bei einem Titanimplantat auch gemacht hätte, damit es da sitzt, habe ich hier auch gemacht, und wenn man ganz genau guckt, dann sieht man auch die Bereiche, die ich aufgefüllt habe auf dem Zahnfilm, den ich direkt nach der Insulation des Implantates gemacht habe. Und wenn wir dann gucken, was damit so passiert, bis es versorgt ist, dann ist eigentlich genau der Bereich auch wieder weggegangen letztendlich. Das macht nichts, weil die Papillen werden letztendlich durch die Nachbarzähne auch wie in dem vorherigen Fall gestützt, aber wir müssen uns halt fragen, ist das denn letztendlich eigentlich so, die ganz goldene und richtige Technik dafür oder funktioniert vielleicht an so einem inologisch völlig unauffälligen Material, mit Zykonoxid, ein irgendwie gereinigtes Knochenmineral, halbkeramischen Ursprungs oder ähnliches auch nicht so ganz so gut. Und es gibt eine wirklich schöne Untersuchung von der Gruppe aus Zürich, von Ronny Jung, die haben letztendlich geguckt, was passiert denn eigentlich, wenn man im Tiermodell eine Rezession sich produziert und wir vergleichen das mit Titanimplantaten und keramischen Implantaten. Die Idee wäre ja jetzt quasi gewesen, warum nimmst du einen toten Füllkörper oder Eigenknochen, muss ich nochmal einen Kiefer aufmachen oder etc., sondern warum nicht zurück zu einem abiolenfüllenden Implantat gehen. Das geht doch vielleicht auch, das hält doch alles toll, wir wissen doch aus den Studien vom Bossert und Ähnlichem, dass die Adhäsion von Weichgewebe ja viel besser ist als an Titanen und das überhaupt auch funktioniert. Warum machen wir da nicht sofort ein alveolenfüllendes Implantat hin, was ja in der Titanimplantologie Behandlungsfehler wäre. Also, die haben das verglichen und haben im Hundemodell festgestellt, dass, und haben das dann auch so genannt, dass sie die erste Evidenz darüber haben, dass an den Zirkonimplantaten, an denen sie diese artifizielle Rezession gemacht haben, viel weniger Rezession war, als an den vergleichbaren Titanimplantaten. Und das ist ja das, was wir auch so ein bisschen beobachten. Und das kann uns dann so ein bisschen Mut machen, dass wir weitergehen und dann bei der nächsten Patientin eine Situation vorfinden, die bei den beiden Einsern letztendlich so aussah und dann kann man so ein bisschen erkennen schon auf dem Zahnfilm, aber noch ein bisschen besser kann man es erkennen auf dem DVT. Die hat nach dem, wahrscheinlich aufgrund von einem internen Bleaching, eine zirkuläre externe Resorption entwickelt. Das fing auch an, irgendwie ein bisschen komisch zu werden, alles so komisch auszusehen. Und dann haben wir uns eben entschieden, ja, wir entfernen den Zahn, wieder wie eben ein DVT gemacht. Diesmal gehen wir aber den Weg und machen nicht ein konventionelles 4,2 Millimeter Implantat, sondern nehmen ein dickeres, aviolenfüllendes Implantat. Auch das konnten wir hier so positionieren, dass der Schraubengang palatinal rauskommt und planen das mal auf die Richtung. Bei ihr konnten wir noch ein anderes, so habe ich so eine kleine Zirkonenbrücke als Langzeitprovisor gemacht, auch wieder mit so einem Rotationsschutz und auch gleiche Technik wie eben gesehen. Zahn gekürzt, das ging hier ganz gut mit dem Glasfaserstift drin, einfach das Provisorium drauf gemacht, drei, vier Wochen gewartet. Die sind ja dann super versorgt. Man sieht, wie schön das Zahnfleisch dann schon mal da reinwächst. Die Papillen werden gestützt, das ist der zweite Vorteil. Und natürlich schrabbelt mein Bohrer da irgendwo jetzt dran, vor allem die dickeren halt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal for free ein bisschen mehr Zahnfleisch da, als vorher da war. Extraktion. Und hier sieht man, wie irre angeknabbert der Zahn eigentlich war, drumherum. Und der Blick von oben, auch hier ideale Grundvoraussetzung für eine Sofortimplantation. Bisschen Systemmix wieder, den dicken Bohrer am Schluss. Und ich habe dann den Knochen langsam, drehend gesammelt. Das funktioniert auch sehr gut mit den Bohrern. Und dann halt ein 5,5 Millimeter Implantat da vorne inseriert. Das ist ja schon ein ziemlich großes Ding. Da hat auch fast nichts mehr Bukai oder gar nichts mehr Knöchern irgendwie Bukai reingepasst. Dann haben wir das einfach so gelassen und ein Peak Abadment drauf gemacht. Und ja, die Endo in dem anderen Fall, sorry, jetzt habe ich gerade die Frage nicht gelesen. Deswegen habe ich ja die, wir wollten den Zahn behalten und dann was gemeinsam diskutiert. und nicht, also der ist sicherlich fraglich. Ich würde aber so ein Zahn auch erstmal drin lassen und auf keinen Fall zwei auf einmal reinmachen, sondern wenn, dann tendenziell schrittweise vorgehen. Also den 1,1 extrahieren und dann den 2,1 extrahieren. In dem Fall ist die Endo in dem zweiten Zahn eigentlich ganz gut, glaube ich noch zumindest. Deswegen haben wir den auch jetzt hier bei ihr. Da kommt noch ein Rundenbild, da sieht man die drauf. Da gibt es eigentlich nichts groß. Kleines Bläschen da unten, aber ab egal, überhaupt nichts zu meckern. Aber man sieht, das ist halt schon ein ordentlicher Durchmesser jetzt von dem Implantat und ja, Provisorium auch erstmal fern vom, wirklich drauf geachtet, nochmal unterfüttert, fern von jeglichem, genau meine ich, ja, der Implantat, der Fall vorher war das. Wissen wir beide, dass der, oder also Patientin und nicht, dass der kritisch ist, der 2,1. Aber er funktioniert jetzt momentan noch. Die, ist auch eine Bekannte von mir, die, genau, also keine Oktosalenkontakte drauf und dann sofort danach dieses Provisorium wieder eingeklebt. Dann gute 5 Monate gewartet im Oberkiefer. Vielleicht kann man da auch runtergehen, kann man sicherlich diskutieren. Ich warte immer relativ lange. Man hat ja so ein bisschen, nicht die Möglichkeit, das mit dem ASQ zu überprüfen, ist das Implantat belastbar oder nicht. Ich mache immer noch mal, ich habe in dem Prothetik, setzt die Insulationsinstrumente drin und drehe die einmal auf 35 hoch und wenn das hält, dann machen wir die Krone drauf. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Die, was ja auch über Professor Bossart gezeigt wurde, ist, dass der Born-to-Implant-Contact nach der Versorgung nochmal richtig hoch geht. Das heißt, wenn die eine Versorgung bekommen und sich da irgendwie im Knochen bewegen, scheint das nochmal einen sehr positiven Effekt auf die Knochenzellen zu haben für die Anlagerung. Also der konnte Fälle nach, der hat natürlich nicht so viele, die nach fünf Jahren rausgeholt werden oder als Trepan rausgeholt werden wurden, aber das ist schon beeindruckend gewesen, weil da 70, 80, teilweise fast 100 Prozent Born-to-Implant-Contact war und wir wissen, dass die, wenn die versorgt sind, eben halt nochmal ein bisschen einen Booster bekommen. Aber am Anfang, zumindest ich warte jetzt einfach ein bisschen länger und so forttraue ich mich auch noch nicht. Vielleicht kommt das auch noch alles. Man muss sich da ein bisschen ran arbeiten. Labor, ähnlich wie wir das eben gesehen haben, auch zwei E-Max-Kronen. Julia hat es wieder bei uns gemacht, hergestellt. Und man sieht hier, das macht überhaupt nichts, wenn da hinten so ein kleines Löchlein drin ist. Das kann man wunderbar adhesiv verschließen. Und letztendlich ist das das Ergebnis, ein paar Monate, nachdem wir es eingesetzt haben, was wirklich total schön geworden ist und auch eben speziell von der Gegenüber halt einfach wirklich toll aussieht. Und wir haben dann prothetisch hier, und das ist super, dass man das machen kann, sind wir von der WP-Plattform wieder runtergegangen auf eine RP-Plattform. Das heißt, ein Plattform-Switching gemacht. Dadurch ist das Emergenzvorfil einfach viel besser geworden. Und das macht vom Knochen und von allem her, das Röntgenbild ist, glaube ich, nochmal so drei, vier Monate, also ist jetzt noch nicht irgendwie zwei Jahre drin, aber macht einen ganz tollen Eindruck und macht vor allem prothetisch Sinn, dass ich nicht dann noch breiter wieder da hochrennen muss, sondern dass ich eben ein dickeres Implantat habe, mit dem ich mit einem kleinen Durchmesser hochgehen könnte. Die Adhesivbrücke haben wir mit Realize-X geklebt. Allerdings nur, das mache ich mal ein bisschen abhängig davon, wie es funktioniert. Also die teilweise mit einem kleinen Punkt ätzen, ohne Bonding, teilweise ohne Ätzen mit Bonding unten drunter. Wenn die halt dreimal rausgeflogen sind, dann gehe ich da schon ein bisschen mehr mit Ad-Skill drüber. Manchmal halten die halt auch wie Bombe, das ist immer ein scheiß Spielchen. Machst du das so fest, dass sie im Prinzip super halten, dann kriegst du sie nicht mehr raus, wenn du ran musst. Und ja, das ist so ein Spielchen. Aber mit Realize-X-Ultimate und Variablen anätzen und Scotch Bond einsetzen so ein bisschen. Meistens punktförmig. Hier nochmal der Vergleich vorher und nachher. Und das rechte Bild sieht man, so eine kleine Kante ist uns abgegangen von der Krone. Das ist jetzt, ich glaube, acht Monate. Muss gucken, ob ich irgendwo drunter stehen. Später. Aber man sieht, am Implantat hat sich eigentlich nichts getan. Die Papille in der Mitte hat sich noch ein bisschen gefüllt. Sie hat so ein bisschen Rezeption da unten am 2,1. Aber um das Implantat rum, bombenstabile Weichgewebsverhältnisse. Und so gefühlt aus dem Bauch wird es eher besser, als dass es schlechter wird in der Situation. Also das scheint so zu sein, dass wir da schon in der Keramik einen Vorteil haben, wo man sich ein bisschen mehr, aber nicht unendlich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen kann. Ja, das funktioniert natürlich nicht nur an der Front. Das ist schon eigentlich fast ein Standardfall. Unterkiefer Prämola, auch vorsichtige Extraktionen. Und dann ging die Wege gesetzt. Verschraubt. Wie gesagt, ich traue mich jetzt noch nicht, da was groß drauf zu machen. Abgewartet. Und dann die Krone obendrauf. Und ja, ist ein völlig normales Knochenverhalten vom XT, das sicherlich konstruktionsbedingt ist. Ja, abschließend vielleicht noch, wo sind denn die Grenzen? Sowas traue ich mich jetzt. Also das ist seit zehn Jahren irre hohe Kronen auf vergleichsmäßig sehr, sehr kurzen Titanimplantaten. Das sind so Fälle, da habe ich jetzt noch fast ein bisschen Bauchschmerzen mit. Also wenn man das hier so sieht, das war noch Titan aufgebaut und damit immerhin schon mit einer Zirkonenbrücke. Also da ist echt ein Wahnsinnshebel hinten dran. Das ist aber ein Bauchgefühl, dass ich sowas vielleicht lieber in Titan mache als in Keramik. Wenn ich mir jetzt ein 5,5er Keramik da hinten vorstelle, wäre das vielleicht sicherlich auch wieder möglich. Man hat ja den Vorteil, es ärgert alle, wenn der Zahn kaputt geht. Und ich glaube sehr fest, also die Studien, die wir haben über die Verbindung, zeigen ja, dass wenn was kaputt geht, dann geht eigentlich die Verbindung dann oben. Also das Implantat geht auch irgendwann kaputt, aber bei einem normalen Durchmesser ist das stabil. Aber man hat das halt, erst geht die Verbindung kaputt und da muss man halt einen neuen Zahn drauf bauen. Das ärgert alle, finden alle total doof. Aber die, es ist halt nicht das Implantat dann kaputt. Die, komme ich vielleicht, also es war ein bisschen die Frage nach den Kosten in der Zokonimplantologie. Klar, geht auch. Also der Fall vorher eigentlich, dieses Zofortimplantat, war jetzt ja im Prinzip kostendeckeltechnisch. Und es kann man eine monolithische Krone drauf machen. Das Problem ist halt, wenn es um Kosten geht, wenn wir da kurz drüber reden wollen, dann die, ich hatte ja mal am Anfang die unterschiedlichen Herstellungsweisen gezeigt, auch diese Hartmetall, Hartbearbeitung, die ja mehr als sinnvoll ist. Das ist halt unheimlich aufwendig, wenn man, also diese, Sie müssen sich vorstellen, das sind kleine Bohrer, da kosten Bohrer halt schon 500 Euro, der hält vielleicht für 22 Implantate oder sowas. So genau weiß ich das nicht. Das ist, was die Firma Ceramex sicher besser, aber das ist halt was völlig anderes, als wenn Sie von der Drehmaschine ein Titanimplantat runterschmeißen. Da stehen Sie hinten einen Stab rein und vorne kommen irgendwie 1000 Implantate rausgeflogen. Die anderen werden quasi handgefertigt und so ein Bohrer ist allein schon ein Ding, was auch funktionieren muss. Sie brauchen immer eine 100-Prozent-Kontrolle, das heißt, jedes Implantat muss vermessen werden, der Bohrer nutzt die Schnelle ab und so weiter und dann ist ja letztendlich diese Verbindung zwischen Implantat und Keramik über die Schraube das, womit nachher der Zahn für den Patienten funktioniert und der ist halt, die ist halt, die muss so präzise sein und stabil sein, dass es funktioniert und das ist halt in der Zerkone-Implantologie ein anderes Thema, als wenn ich das Ganze aus Titan mache, macht die den Grundpreis letztendlich aus. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich kriegen Sie es in der Variante jetzt nicht günstiger hin oder kriegen Sie es in Titan materialtechnisch günstiger hin, allerdings in Fällen, die letztendlich eine Indikation für ein Keramikimplantat darstellen, wo einfach, wir wissen, dass wahrscheinlich ein Keramikimplantat in den nächsten 10, 15 Jahren der wesentlich bessere Faktor für den Patienten ist als ein Titanimplantat. Da spielt das eigentlich, finde ich, auf die Zeit und auf die Effekte, die es hat, kaum mehr eine Rolle. Wir sind ja, wir versuchen ja über das Material und über die geringere Adhesion von vor allem oder vor allem der Grund, warum wir erwarten, dass es viel, viel weniger Peri-Implantitis-Fälle geben könnte mit keramischen Implantaten als bei den Titanimplantaten wird ja im Wesentlichen dann auf die bessere Weichgewebsadaptation und auf weniger Bakterien-Adhesion zurückgeführt. Und in diesem ganzen Kontext ist es natürlich so, dass man halt da halt die reinen Materialkosten, finde ich, jetzt nicht unbedingt ansetzen muss. Sofort-Implantat. Das geht ja. Da muss ich halt entsprechend mit dem Durchmesser, das ist halt so ein bisschen, kommt jetzt gleich noch in den Abschlussfolien, dann halt ein bisschen arbeiten. Also nochmal, warum macht es Sinn oder macht es Sinn und Spaß mit keramischen Implantaten zu arbeiten? Wir wissen, dass sich Titanpartikel immer lösen können, können Sie bei jedem Titanimplantat nachweisen und wir wissen auch, dass Sie bei unterschiedlichen Patienten unterschiedliche Reaktionen auslösen können, die bei dem einen mehr und bei dem anderen viel, viel weniger vielleicht ausmachen. Sie haben immer den Vorteil, das sieht irgendwie unabhängig davon, es schimmert nichts dunkel durch, ging immer sieht heller aus, das sieht immer ästhetisch besser aus und wir haben durch die wahrscheinlich viel bessere Weichgewebsadhersion auch den Vorteil, dass ich unter anderem deswegen auch mal ein Implantat in der falschen Position besser optisch ausgleichen kann als bei einem Titanimplantat. Das, was wir eben gerade gesagt haben, die bessere Hygienefähigkeit, da sind wir uns eigentlich sicher, dass das zu weniger Periimplantitis führen wird. Wir haben vereinzelte Periimplantitis, meine Fälle konnte ich, oder meine zwei, die ich habe, konnte ich eigentlich alle erklären. Das eine war ein großer Knochenblock und das andere, eine multimorbide Patientin, bei der irgendwie gar nichts funktioniert hat. Und die, insofern sind die extrem selten, also wirklich ganz selten, auch bei denjenigen, die schon ein paar tausend davon gesetzt haben und das letztendlich wird es halt, wird man es dazu zurück, dass sie einfach besser von der Hygienefähigkeit sind. Und wenn man das studientechnisch anguckt, haben wir jetzt das letztendlich ja so, dass wir sagen können, es wird immer besser, also immer besser, wer eine Kurzzeitperformance lässt, auf positive Langzeitergebnisse hoffen, auf positive Langzeitergebnisse, die wir ja schon haben, von im wesentlichen Systemen, einteiligen Systemen oder Systemen, die nicht mehr auf dem Markt sind. Aber die laufen ja im Prinzip, eigentlich geht man davon aus, die sind besser. Wenn die nach zwei Jahren besser sind, warum sollen sie dann nach zehn Jahren nicht besser sein? Womit? Ich freue mich, dass wir zweiteilige Implantate haben, aus stabilen Keramiken, die funktionieren, die so funktionieren, wie wir uns das 40 Jahre in der Titanimplantologie aufgebaut haben. Allerdings, als kleine Einschränkung muss man natürlich sagen, dass wir mit den zweiteiligen Implantaten jetzt wenig klinische Langzeitevidenz haben, im Vergleich zu vor allem Titanimplantaten. Ist aber bei jedem neuen Produkt letztendlich irgendwo wichtig. sicherlich ist es auch wichtig, dass wir weiter daran forschen und dass wir weiter daran entwickeln. Das betrifft insbesondere jetzt was, wo ich denke, wir haben in der Titanimplantologie ja uns so viele kleine Nischenprodukte geschaffen, die auch Sinn machen irgendwo, wie dieses Thema Troubleshooting. Also muss es, ist es jetzt sinnvoll, ein System zu verschlanken oder ist es vielleicht besser, noch eine Zwischengröße zu machen? Besser auch in die Richtung, beispielsweise Sofortimplantate. Habe ich nur die Auswahl zwischen 4,2 oder 5,5 oder wäre da nicht es noch schön, gerade in der Front eine Zwischengröße zu haben, damit ich da dann noch beispielsweise genau im Knochen bin? Das Thema Bone Level ist auch ein Thema. Die ist ein bisschen politisches Thema ja schon und Teramex hat jetzt momentan oben diesen glatten Anteil, man kann es ja zwischen 0,6 und 1,5 Millimeter, glaube ich, tief setzen, also als Transgingivales oder Epigingivales oder fast Epigingivales Implantat benutzen. Wenn man den Knochenabbau oder den Knochen, das ist ja kein Abbau, also die Remodellation sieht, die um die Implantate stattfindet, dann haben wir und das Vergleich mit der Benchmark von guten Titanimplantaten, dann sind wir da noch ein bisschen hinten dran, was aber in der Konstruktion halt liegt, das wir ja auch wissen und es gibt sicherlich viele Behandler, die das befürworten und vielleicht wäre da halt eben auch der Sinn, mal zu gucken mit einem richtigen Bone Level, was ich ein bisschen tiefer setzen kann, funktioniert das denn auch? Wir müssen das weiter untersuchen, was passiert denn? Kann ich ein Implantat einfach völlig am Einser, ist es egal, kann ich die Windungen da raus gucken lassen, nach Pokal, gibt es ja auch welche, die das machen, die dann sagen, ja, wenn es die Leute stört, dann mache ich das halt auf und dann schleife ich einfach die Windungen weg und das Weichgewebe bleibt mir sowieso da dran. Wie sieht das in einer wirklich vernünftigen Studie mal nach fünf Jahren aus und letztendlich braucht man natürlich auch noch die Langzeit-Performance. Das heißt, wie mache ich das momentan? Eigentlich so wie immer. Das heißt, die Welt ist jetzt nicht irgendwie neu, muss jetzt nicht neu erfunden werden. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, was zum Beispiel das Eindrehen angeht. Das hört man ein bisschen am Geräusch und letztendlich haben wir ja keine Wärmeleitung. Das heißt, wir vermeiden natürlich hohe Eindrechwiderstände, aber ansonsten unterscheidet das Handling von Keramik-Implantaten jetzt nicht viel von den Titan-Implantaten ausgenommen, dass wir jetzt in der Front eben beispielsweise so ein bisschen oder ich mache es so ein bisschen weiter, mich letztendlich aus dem Fenster lehne. Ich bin noch vorsichtig mit Sofortversorgung momentan einfach und das funktioniert bei mir in der Praxis ganz gut mit Provisorien jetzt halt. Insofern nicht mit Sofort-Implantationen, das mache ich gerne, aber Sofortversorgung ist jetzt noch ein bisschen schwierig. Ich finde es wichtig, dass man den Fokus sehr und sich damit auch beschäftigt auf die Anamnese und die Begleittherapie der Patienten noch mitlegt. Einen kranken Patienten wird sicherlich mehr Probleme mit dem Implantat haben als ein gesunder Patient und insofern ist das, denke ich, das Wichtigste, was man im Vorfeld machen sollte für seine Patienten, dass ich mit ihnen rede, 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 die Medikamente angucken, Bluthochdruckmedikamente und so weiter und ich finde das fast wichtiger als die genetische Untersuchung zum Beispiel mit vielleicht fraglicher Aussagekraft und dann eben auch weiß, ich kann die Patienten behandeln oder ich kann es vorbereiten. Ich habe einen Hausarzt an der Seite, der sich mit dem Thema chronische Erkrankungen auskennt, der eben nicht nur ein großes Blutbild macht und die Leukozyten zählt, sondern eben entsprechend ein bisschen anti-entzündlich behandeln kann und so weiter. Hat ja für alles Vorteile, auch wenn ich zum Beispiel Parodontitis-Patienten habe. Wenn wir es versorgen, wissen wir, dass wir uns in problematische Gefilde begeben, wenn wir verblendete Materialien verwenden, wobei ich finde, man muss das nochmal unterscheiden zwischen einer Lithium-Diesel-Ekat-Keramik, die verblendet ist und einer Zirkon-Keramik, die verblendet ist. Natürlich musst du Verblendungen in der Front machen, wir machen aber auch in der Regel eigentlich, wie gesagt, arbeite, glaube ich, mit 80 Prozent mit EMEX und das, was halt an Brücken läuft, was wenig ist, machen wir monolithisch, aber immer nur halt eingekaut über Refuwachs mit ungescannt und Copiescannern daraus. Man sollte darauf achten, dass die Laterotrusionsbahnen weg sind, insbesondere bei Bruxern und dann eben nochmal mit einer drauf Acht geben, dass der Patient eine Schiene trägt oder halt auf jeden Fall im Vorfeld nochmal eine Kontrolle machen über so eine Brux-Checker-Folie. Wir stellen sie momentan im Artikulator so ein, dass sie zwischen zwei und fünf Folien Platz haben, also fünf Folien im Artifert meistens dazu, dass sie bei Doppelschirmstock im Mund halten. Natürlich ist das individuell bei Patienten kommt der Gegenzahn dann doch raus und du hast in einem Jahr einen Schirmstock-Kontakt, aber irgendwie muss man ja mal anfangen und bei meistens hält das und deswegen stellen wir sie mal am Anfang so ein, dass sie bei ganz festem Zubeißen im Prinzip Kontakt haben, dass sie Schirmstock gerade so durchziehen kann, um dieses ganz Harte auf ganz Harten eben so ein bisschen zu vermeiden. Und aktuell eben noch längere Auswirkungen, Integrationszeiten, vier bis sechs Monate, ist gerade so im Seitenfallbereich, Sinuslift, derzeit daran, wenn das aufbereitet ist. Ältere Damen, da würde ich jetzt auf jeden Fall noch warten und länger warten, vielleicht auch länger warten als Titan. Okay, monolithischen Aufbau und Krone in einem Stück kam gerade noch als Frage, habe ich jetzt keine Erfahrung, weil wir das theoretisch, glaube ich, machen können. Da müssten wir jetzt einmal, könnten wir das, weil wir jetzt auch fertig sind, direkt an die Frau Jansen weitergeben. Es gibt individuelle Aufbauten und eigentlich müsste das auch gehen, dass es direkt die Krone irgendwo gibt. Wobei das natürlich ein bisschen schwierig ist, weil der Aufbau, glaube ich, von Ceramex kommt und da müsste jemand ja die Approximalkontakte und alles irgendwie machen. Also da würde ja jetzt prinzipiell nichts gegen sprechen, nur weiß ich nicht, ob es technisch schon geht. Also es gibt schon monolithische Kronen. Entschuldigung, habe ich einfach dazwischen geredet. Ja, genau. Also die kann man schon über uns bestellen. Okay, alles klar. Was muss man dafür machen? Ein Abdruck hinschicken? Also man kann die Daten an uns weitergeben und dann wird die monolithische Krone hergestellt oder man kann eben auch nur das Modell schicken und dann wird es eben eingescannt dort vor Ort und dann eben die monolithische Krone hergestellt. Das geht auch. Also das ist dann praktisch in einem zentral gefräst in einem Labor. Aber natürlich geht es auch Chairside, aber dann hat man eben kein monolithisches, sondern dann hat man eben wieder die zweiteilige Geschichte. Monolithisch geht eben nur über die Bestellung im zentralen Fräslabor. Gut. Entschuldigung. Nein, so sehr nicht, ich habe ja gefragt. Okay. Super. Erstmal vielen herzlichen Dank für die ganz, ganz, ganz spannenden Ausführungen. Ich denke, ich habe nicht so viel versprochen. Tolle Fälle, die auch immer mit den relevanten Daten belegt sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank, lieber Dr. Marquardt. Toll. Auch, dass Sie zwischendurch schon die Möglichkeit hatten, die Fragen zu beantworten. Das haben wir auch weitestgehend getan. Meine Frage haben Sie, ohne sie zu kennen, schon zu beantworten. Ich hätte nämlich gerne gewusst, wie Ihre, Versorgung aussehen, was Lithium-D-Silikat versus Zirkon angeht. Und das haben Sie ja eben schon in Ihrem Abschluss-Slide beantwortet. Also bin ich da auch schon happy. Es gibt, es gab noch mal die Frage, ganz am Anfang, wie Sie die Durchmesser der Implantate, Sie hatten ja eben schon gesagt, Ihnen fehlt eigentlich so eine Zwischengröße, aber wie richten Sie sich denn dann aus, wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt diese beiden Varianten, wann greifen Sie denn zum dickeren und eher zum dünneren Also die Molaren versuche ich schon immer mit dem Molaren eigentlich mit einem 5,5er zu machen. Wir machen jetzt fast ausschließlich XT und da, im Grunde bin ich ja froh, dass ich da ein 5,5er habe, weil das ist ein ordentliches Implantat, da hast du auch das Gefühl, dass das nicht kaputt, das kann gar nicht kaputt gehen und wir halten auch, aber es gibt halt, also für die Molaren, wir machen das, ich habe fast nie auch in Titan 4-Millimeter-Implantate für ein Molar gesetzt, sondern tendenziell immer lateral aufgebaut und wenn man sich anguckt, was bei denen, bei konventionellen Implantaten kaputt gegangen ist und es sind ja jetzt nicht so viele kaputt gegangen, aber wenn es Frakturen gab, waren ja ich immer bei 4 Millimeter mit einem dicken Molar drauf und das würde ich, auch wenn es freigegeben ist, jetzt, wenn das ein kleiner Molar ist, kannst du da vielleicht einen 4,2 drunter machen, aber sonst würde ich persönlich jetzt immer versuchen, ein 5,5 Millimeter-Implantat drunter zu setzen und der Rest kommt ja ganz gut mit einem 4,2er klar und dann haben wir ja noch das Dünne. Prima. Aber es wäre trotzdem vielleicht nicht so schlecht, mal darüber nachzudenken. Ja, schon aufgeschrieben. Ich habe noch eine Frage zur Guided Surgery, die hatten Sie ja insbesondere bei dieser Sofort-Implantation, wenn ich es richtig im Kopf habe, beschrieben habe. Das ist die einzige Indikation, wo Sie die standardmäßig verwenden oder machen Sie das auch in anderen Fällen? Nein, wir machen das also standardmäßig wirklich bei jedem Sofort-Implantat in der Front, weil das sind in der ästhetischen Zone auch bei jüngeren Patienten, das sind so wichtige Gegenden und wobei ich habe übrigens in der Front bin ich inzwischen bei, glaube ich, fast 100 Prozent Keramik. Da sind wir auf jeden Fall schon so angekommen. Und ansonsten gibt es ja im Prinzip von der, was heißt Indikation, es ist ein Hilfstool, das ich bei mir selten brauche, weil ich viele, ich habe so eine vielleicht 1,2, 1,5er Rate Patient pro Implantat. Das heißt, ich habe eine Privatpraxis geerbt, der von meinem Vorbehandler, der sehr gut behandelt hat und ganz, ganz, so ein ganz klassischer Goldrestaurierer war, da geht mal irgendein Endozahnflöten und dann kommt ein Einzelzahnimplantat rein und insofern, dafür brauche ich keine, keine geile Surgery. Und natürlich für, für komplexe Fälle auf jeden Fall, für Teleskopfälle, also für alle, alle herausnehmbaren Teleskope, für die auf jeden Fall, weil da brauche ich ein Setup, wo ich dann genau die Implantate drunter positionieren kann. Das ist sicherlich eine Indikation, die wir benutzen. Und wenn, wenn Geschichten kommen mit einer Fullart Sofortversorgung. Ja. Dann bereiten wir das Provi vor und das ist alles dann in der Schublade. Aber, ja. Vielen Dank. Jetzt möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, dass unsere Teilnehmer ganz tolle, positive Nachrichten und Kommentare hinterlassen haben, dass sie in dem Vortrag sehr, sehr gut gefallen haben und sie sich herzlich verdanken. Das möchte ich auch gerne so weitergeben und dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich kann mich auch nur wieder allen, Teilnehmern herzlich Danke sagen, auch für die vielen Fragen, insbesondere dem Marc Wenziger, der wieder ganz rege sich beteiligt hat. Das freut mich immer sehr. Ich hoffe, wir konnten die Fragen richtig und gut beantworten. Wenn nicht, wie gesagt, schicken Sie uns eine kurze E-Mail, dann können wir das auch noch mal mit dem Dr. Marquardt so klären. Herzlichen Dank wieder für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren. Denken Sie dran. Sie können auch wieder einen CME-Punkt für dieses Webinar erhalten. Dazu müssten Sie das Abschlusstestat auf unserer CERMAX-Webseite absolvieren. Sie kommen hier über den Link direkt dorthin. Der Link ist bis Freitag online. 70 Prozent müssen erreicht werden, laut Vorgabe der Bundeszahnärztekammer. Aber ich bin ganz sicher, nach diesem wunderbaren Vortrag ist das überhaupt gar kein Problem. Ansonsten nochmals herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch noch mal an Dr. Marquardt und auch an den Christian für seinen technischen Support. Ja, wir haben noch ein Webinar vor uns nächsten Mittwoch dann mit dem Dr. Dr. Thomas Menard. Auch da geht es wieder um praktische Erfahrungen mit Keramikimplantaten. Ich freue mich sehr auf Sie. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und halten Sie Ausschau nach Sternschnuppen. Dankeschön.